In diesem Video erkläre ich Ihnen den Startbildschirm einer Microsoft Teams Videokonferenz. Wenn Sie den Link geklickt haben zu dieser Konferenz, dann öffnet sich diese Ansicht. Diese Videokonferenz heißt jetzt in meinem Fall, ich bin eine Test-Videokonferenz. Und hier können Sie schon einige Sachen festlegen, zum Beispiel ob Ihre Kamera schon deaktiviert ist oder aktiviert. Die kann man hier über diesen Button ein- und ausschalten. Auch das Mikrofon lässt sich hier ein- und ausschalten. Und über diese Schaltfläche öffnet sich diese Seitenleiste. Und hier kann man die Geräteeinstellungen vornehmen. Also welche Audio-Geräte, welches Mikrofon verwendet wird, welche Lautsprecher angesteuert werden, welches Mikrofon gerade verwendet wird und welche Kamera. Über den gleichen Button lässt sich das auch wieder schließen. Ja, und wenn ich jetzt auf Jetzt teilnehmen klicke, dann startet die Videokonferenz.